Hallo und grüßeng zu einem neuen Notizblock Kompakt, Ausgabe Nummer 54. Heute werfen wir einen kurzen Blick auf Transports, eine, wie der Name verrät, Transport-Simulation, stark inspiriert von Klassikern wie Transport-Tycoon, Mind the Vikings, ein Aufbaustrategiespiel bzw. City-Builder mit dem Thema Wikinger, auch im Early Access verfügbar, sowie zwei Open-Source-Titel, der erste White Lens, eine Open-Source-Variante der Siedler-Reihe und Unknown Horizons, eine Open-Source-Variante der Anno-Reihe. Links direkt zum Vorspringen auf die jeweiligen Spiele gibt es in der Videobeschreibung. Fangen wir an mit Transports, das erscheint heute, 18. Jänner, im Early Access. Ein Ein-Mann-Projekt von einem deutschen Entwickler und Inspiration ist ganz klar Transport-Tycoon bzw. Open-Transport-Tycoon. Das Spiel hat aber doch einige Features bzw. Ideen und Pläne, die es von Transport-Tycoon abheben. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch die eine oder andere Schwäche von Transport-Tycoon mit und der Gleis bzw. Straßenbau ist für meinen Geschmack auch noch etwas zu einfach. Aber mal schauen, vielleicht tut sich da noch was. Das Spiel soll durchaus eine Zeit lang, ein halbes Jahr bis Jahr, im Early Access bleiben. Man spielt auf einer zufallsgenerierten Karte, wenn man möchte, auch gegen KI-Gegner. Und die Aufgabe ist es, mit Bus, LKW, Bahn, Schiff bzw. Flugzeugen diverse Waren und auch Passagiere und Post durch die Gegend zu transportieren. Die Städte haben dabei eine Vielzahl an Bedürfnissen, eben z.B. nach Post und Passagieren, aber auch nach Gütern oder Nahrungsmitteln produzieren, gleichzeitig auch Abfall, den man abtransportieren muss. Stromnetz bzw. Stromversorgung im weiteren Sinn gibt es auch. Gewisse Betriebe funktionieren nur mit Strom. Da gibt es dann andere stromerzeugende Betriebe, die man vorher mit Kohle oder Öl beliefern muss. Und die Warenketten können durchaus etwas komplex werden, nicht nur wegen der Stromversorgung, sondern auch, weil es zum Teil mehrere Schritte braucht, um an ein Endprodukt zu kommen. Brot beispielsweise benötigt Getreide. Das kann man mehr oder weniger direkt von einem Bauernhof holen, aber auch der würde sich freuen, wenn man ihn mit Werkzeugen versorgt für einen Bonus. Wasser wiederum benötigt man. Das bekommt man unter Umständen von einer Wasseraufbereitungsanlage. Die braucht aber wiederum Abwasser aus einer Stadt. Und Strom benötigt man eben auch noch. Die Distanz sind durchaus weit. Die Karten sind auch sehr, sehr groß. Die Fahrzeuge aber auch entsprechend schnell. Also selbst die älteren Dampfloks sind ja gleich mal flott unterwegs. Zu den zusätzlichen Features und Ideen gehört, gehört, dass die Waren mal ein Verfallsdatum haben. Nicht alle, aber manche. Das heißt, je nachdem, wie lange die unterwegs sind, das kann man auch jeweils nachschauen, gibt es einen Preisverfall. Das heißt, wenn sie auch lange irgendwo liegen bleiben, auf einem Bahnsteig oder ähnliches, dann bekommt man im Endeffekt unter Umständen weniger, weil sie sozusagen verderben. Es gibt ein rudimentäres Forschungssystem, wo man Upgrades erforschen kann, schnellere Ladezeiten zum Beispiel. Und apropos Upgrades, auch die Stationen kann man erweitern, zum Beispiel die Lagerkapazität erhöhen. Auch interessant, das Level- oder Progression-System in dem Spiel. Man levelt da nach und nach auf, muss man auch, weil mit jedem höheren Level bekommt man mehr Privilegien. Und dazu gehört zum Beispiel sowas wie Verhandeln mit der Stadt. Und eine dieser wichtigen Maßnahmen wäre da, sich eine Fluglizenz zu besorgen. Das heißt, man kann zwar einen Flughafen in der Stadt bauen, aber damit da auch Passagiere einsteigen, braucht man erst eine entsprechende Lizenz. Und die wiederum kann man erwerben, erst ab einem gewissen Level. Und in ein Level steigt man auf, indem man bestimmte Aufgaben erfüllt, beziehungsweise mehr und mehr Fahrzeuge hat und mehr und mehr Jahresumsatz macht. Es gibt auch eine Vielzahl von Gütern. Die Warenkäten sind hier umfangreich. Ist Fluch und Segen gleichzeitig, wie ich finde, weil es leidet mitunter etwas die Übersichtlichkeit, vor allem bei der Zusammenstellung von Zügen oder beim Anhängen von Anhängern an einen LKW. Und mitunter auch, das ist natürlich Geschmacksfrage, die Fahrplanverwaltung etwas aufwendig, weil man kann zwar Fahrzeuge kopieren, aber wenn man den Fahrplan mal ändern will, dann, soweit ich das gesehen habe, muss man das bei allen Fahrzeugen einzeln machen, wie man es eben zum Teil von Transport-Takuen oder auch Spielen wie Industriegigant oder Transportgigant schon kennt. Eine für mich persönlich große Schwäche am Spiel aktuell, dass man alles nur orthogonal bauen kann. Diagonal geht nicht. Da habe ich ganz gut im Video zu sehen. Und auch der Straßenbau, im Speziellen in den Städten über Hügel, ist etwas einfach gehalten. Der Verlauf der Straße passt sich einfach immer ans Profil an. Das heißt, die Fahrzeuge fahren auch mal etwas krumm und schief durch die Gegend und auch die Animationen bei den Zügen lassen. Noch ein paar Wünsche offen, aber ich sage mal so, Early Access, an dem störe ich mich jetzt am wenigsten, wenn es nicht ganz so hübsch ausschaut. Aber diagonales Bauen, das würde ich mir noch wünschen. Genauso wie eventuell den einen oder anderen erweiterten Signaltyp. Hier läuft alles ganz klassisch noch über Blocksignale einbahn, beziehungsweise in beide Richtungen befahrbar. Ansonsten kommt man relativ flott ins Spiel rein. Wie gesagt, man fühlt sich sehr an Transport-Tycoon erinnert und für ein Ein-Mann-Projekt absoluter Respekt vor der Leistung. Interessant zu sehen, wo das noch hingeht. Ein Jahr ist durchaus lang. Mal schauen, wenn es sich gut verkauft. Vielleicht lässt sich das Team ja auch noch etwas verstärken. Ich würde es dem Entwickler auf jeden Fall gönnen. Ich werde das Projekt sicher weiter beobachten. Potenzial und interessante Ideen sind auf jeden Fall mal vorhanden. Verfügbar ab heute auf Steam um 17.99 Uhr. Zweiter Titel, Mind the Vikings. Auch ein Early Access Titel, da bin ich zufällig drüber gestolpert, weil ich wieder mal Early Access Titel aufgeholt habe. Habe die letzten zwei der Wochen nicht reingeschaut. Das ist eben ungefähr vor zwei Wochen, 5. Jänner erschienen. Und ich habe es jetzt deswegen mit ins Programm aufgenommen, weil ich den Entwickler sehr, sehr sympathisch finde. Eindeutiger Sympathie-Bonus. Weil das Spiel an sich ist noch in einem sehr, sehr, sehr frühen Zustand. Ich glaube, das wird sogar mit eingeblendet, wenn man das Spiel spielt. Also dürfte im Video zu sehen sein. Das heißt, viel gibt es hier wirklich noch nicht zu tun. Eigentlich nur das ein oder andere Haus bauen. Man baut hier ein Dorf auf für Wikinger. Man kann eine Handvoll Betriebe errichten, eine Farm, eine Sägemühle und eine Werkzeugschmiede. Und ein paar Rohstoffe abbauen, Holz, Nahrung und Stein. Und neben den Werkzeugen gibt es eben noch Brennholz. Und das muss eben alles zur Verfügung stehen, damit die Wikinger auch zufrieden sind. Brauchen auch ein Zuhause. Und sie unterhalten sich auch ab und zu mal miteinander. Also so eine soziale Komponente gibt es auch. Manche verstehen sich gut, manche weniger gut. Und die Wikinger haben auch alle ihre eigenen Eigenschaften. Schnell, faul, Arbeitstier, was auch immer. Das war es dann auch schon. Und man hat auch relativ flott alles gesehen. Man muss zwar gewisse Gebäude erst freischalten. Und das schaffen eben die Wikinger an einem bestimmten Level in ihrem Beruf erreichen. Also lang genug, zum Beispiel in Holzfäller sind, dann wird irgendwann die Sägemühle freigeschalten. Aber sonst, halbe Stunde ist man da mehr oder weniger durch den aktuellen Content durch. Ist aber schon ein großer nächster Patch in Arbeit, der scheinbar viel, viel mehr oder eine Reihe neuer Dinge dann ins Spiel bringen soll. Aber eben hatte da einen netten E-Mail-Kontakt. Und die Entwickler haben sich entschlossen, das auf Early Access rauszugeben. Weil sie sagen, wir wollen ein Spiel zusammen mit der Community entwickeln. Und ich weiß, das haben wir schon oft gehört von vielen Entwicklern und viel ist dann auch liegen geblieben. Aber gut, wer möchte, kann ihnen eine Chance geben. Und hauptsächlich deswegen stelle ich auch diese Spiele vor, die im Early Access verfügbar sind. Weil ich sage, wenn man daran glaubt, wenn man jemanden unterstützen will, einen Entwickler mit dem Beitrag, dass man das Spiel kauft, dann kann man das im Early Access schön machen. Auch wenn man wie oft das Risiko eingeht, dass da nichts draus wird. Aber eben, wie gesagt, hat alles sehr ernst und sehr ambitioniert und vor allem auch engagiert geklungen, was ich so gelesen habe. Und die Käufer, die es bisher erworben haben, sind offensichtlich auch begeistert. Es sind zwar nur zwölf Reviews, aber immerhin alle positiv von dem her. Das heißt vermutlich auch schon was. Wo es hingehen soll, soweit ich das verstanden habe, kann natürlich etwas davon abweichen. Aber Hauptplan wäre einfach den ganzen Vikingern mehr Eigenschaften, mehr Fähigkeiten, aber auch mehr Bedürfnisse zu geben. Das heißt, in Folge natürlich auch mehr Rohstoffe, mehr Gebäude und eben auch mehr zu tun. Ein paar Stunden mehr Gameplay, wie man jetzt vielleicht noch hat. Und in der Liste stehen auch sonst ein paar Dinge, wie unterschiedliche Schwierigkeitseinstellungen, mehr Dekoration, mehr beziehungsweise abwechslungsreichere Natur mit Gewässern, Tieren, mehr Pflanzen. Modding Support wird auch erwähnt. Und eben, wie gesagt, die Wünsche und Ideen der Community. Für 10,99 ist man da ab sofort dabei und unterstützt die Entwickler eben bei der Entwicklung von ihrem Spiel. Early Access Phase angekündigt in etwa bis zum Herbst diesen Jahres. Wobei, auch da wissen wir erfahrungsgemäß, das zögert sich gern mal ein bisschen raus. Dann haben wir noch zwei Open Source Titel im Programm. Und das sind beides Revisits. Hat man also schon mal auf dem Kanal. Das erste ist White Lens. Das habe ich mir angeschaut vor, muss ich gerade mal überlegen, sechs Jahren fast schon ist das her. Und zwar zusammen mit dem Projektgründer war ich recht stolz darauf, dass ich den da geschafft habe, ans Mikrofon zu bekommen. Der hat mit mir zusammen eine Multiplayer-Partie gespielt. Der ist also entsprechend bei dem Projekt seit Anfang an dabei, seit 2001. Der liebe Holger. Und seitdem verfolge ich das Projekt, schaue immer wieder mal rein, wie der Stand der Dinge ist. Und es wird auch tatsächlich weiterentwickelt. Deswegen habe ich es auch mit in den Notizblock aufgenommen. Ich wollte ja mal ein eigenes Special machen zum Thema Open Source. Habe es bisher nicht geschafft, das fertigzustellen. Darum habe ich gemeint, bevor ich das jetzt ewig vor mir herziehe, packe ich es hier mal rein in einen nicht-special-Notizblock-Kompakt. Weil White Lens, das ist ein Spiel, das lohnt auf jeden Fall anschauen. Vor allem für Siedler 2-Fans. Das ist sehr stark an Siedler 2 angelehnt. Allerdings hat es sich vor allem im Laufe der Jahre, wie ich finde, durchaus darüber hinaus entwickelt. Ist um einiges tiefgängiger, um einiges komplexer. Gibt mehr Warnketten. Und auch sonst ein paar interessante Features, wie zum Beispiel Leute, die im Beruf besser werden. Betriebe, die man upgraden kann oder mitunter sogar auch upgraden muss. Und auch das ganze Ausbilden und Trainieren von Einheiten ist um einiges umfangreicher wie im originalen Siedler 2. Und was ich auch sehr deutlich hervorheben möchte, Missionen bzw. Kampagne auch sehr, sehr gelungen. Wie ich finde, ich wollte für den Notizblock kompakt ein paar Minuten aufnehmen, eine halbe Stunde vielleicht. Und dann sind es, glaube ich, vier, fünf Stunden geworden, den ganzen Abend gespielt. Und bin, wie gesagt, sehr, sehr begeistert von den Fortschritten. Open Source, ich nehme mal an, den meisten ist ein Begriff, aber vielleicht nicht jeden, ist ein Projekt. Ein Open Source Projekt ist eins, das mit offenem Quellcode entwickelt wird. Das heißt, jeder kann den Quellcode einsehen, jeder kann den Quellcode runterladen, selber drin rumbasteln, beziehungsweise im Idealfall dem Projekt beitreten und eben einen Beitrag an der Entwicklung leisten. Und Open Source heißt auch gleichzeitig, speziell in diesem Fall, dass es kostenlos zur Verfügung steht. Jeder kann es runterladen und spielen. Und nicht nur den Source Code, sondern da werden natürlich vorgefertigte Installationsdateien angeboten für Windows, Mac OS und Linux. In dem Fall kann man es eben kostenlos runterladen, einfach bloß spielen. Und das Projekt, beziehungsweise das Spiel ist auch, wie ich es mal nennen würde, überkomplett. Es gibt nämlich auch einen Map Editor, es gibt, wie gesagt, einen Multiplayer-Modus, Coop, Multiplayer auch. Und auch verschiedene Stämme, die Barbaren, das Imperium und die Atlanta. Ich hoffe, wir kommen es jetzt noch hin. Das heißt, viel, viel Content für nicht wenig, sondern gar kein Geld. Wem es allerdings gut gefällt, wer es genießt, der sollte auf jeden Fall überlegen, eine Spende zu tätigen, damit das Projekt, beziehungsweise der Server im Speziellen, wo das Ganze gehostet wird, auch am Laufen gehalten werden kann. Nicht ganz so aktiv entwickelt wird der zweite Open-Source-Titel Unknown Horizons. Aber trotzdem, das letzte Update gab es 2017. Das letzte Video über dieses Spiel ist allerdings ein bisschen länger her. Ja, auch fast schon sechs Jahre, 2012 haben wir uns das angeschaut am Kanal, auch mit Entwickler-Interview. Zu der Zeit habe ich das offensichtlich gern und öfter mal gemacht. Aber der Thomas mit dabei, ich hoffe, der Thomas, sonst bitte nicht böse sein, wie ich den Namen jetzt durcheinander gebracht habe. Und der hat mir eben auch das Spiel ein bisschen erklärt, die Hintergründe. Dann haben wir noch ein zweites Interview gemacht, auch zur Technik vom Spiel. Und war ganz spannend da zu erfahren, was auch die Motivation dahinter ist, so ein Open-Source-Projekt mal zu starten und einen vermeintlichen, in dem Fall Anno-Klon zu machen. Weil auch hier die Vorlage ist zwar Anno, wie bei Wildlands Siedler 2, aber das Projekt ist dann durchaus etwas darüber hinausgewachsen, bringt seine eigenen Ideen und Features mit ein. Spielt sich durchaus vertraut, also man findet es schneller rein, aber kommt dann auch mal bald drauf ab. Da ist doch ein bisschen mehr dahinter, wie man vielleicht auf den ersten Blick gemeint hat. Absolute Empfehlung also für Anno-Fans und auch für alle, die ein bisschen in Open-Source mal eintauchen wollen. Einziges Manko unter Anführungszeichen. Das Spiel ist wirklich rund, funktioniert super. Auch was Gegner angeht, beziehungsweise Multiplayer meine ich sogar, funktioniert. Inzwischen auch. Schade nur eben, dass man mehr oder weniger bis auf eine Ausnahme nur Zufallskarten oder Einzelspiele spielen kann. Und diese eine Ausnahme, die zwei ist das Tutorial und eben die erste Mission von der Kampagne sozusagen. Und da hätte ich mir mehr gewünscht, da warte ich ganz, ganz dringend auf mehr, weil das Spiel gefällt mir super, aber eben ich würde gerne eine coole Kampagne oder ein paar Missionen spielen. Und das Spiel kann es offensichtlich, ist schon drin, aber leider hat eben noch niemand Zeit, wohl da weitere Missionen zu entwerfen. Von dem her, das Projekt braucht auch dringend Unterstützung. In dem Fall vielleicht weniger finanziell, aber doch eben mehr Beteiligte, die sich da ins Projekt mit einbringen können. Also unbedingt mal auf der Homepage vorbeischauen, nicht nur das Spiel runterladen, sondern sich vielleicht auch mal ein bisschen belesen. Und wenn man dann die Fähigkeiten mitbringt, auch überlegen, ob man nicht etwas beitragen möchte. Gut, dann sind wir durch. Und wie man vielleicht am Anfang gemerkt hat, ich habe ein bisschen was umgestellt. Superschnelle Übersicht der Titel am Anfang, damit man einfach weiß, was gibt es in den Notizblock kompakt in der aktuellen Ausgabe. Und ich glaube auch der Hinweis auf die Timestamps hat nicht jeder mitbekommen, dass man da in der Videobeschreibung einfach auf die Zahl, die Uhrzeit oder den Minuten und Sekunden Timestamp klicken kann oder dem Vorspringen. Im Video, wenn einen nur ein bestimmter Titel interessiert. Und die ganze Plauderei, habe ich mir gedacht, verschiebe ich eher an den Schluss des Notizblock kompakts, sprich jetzt, damit am Anfang etwas zügiger zur Sache geht. Geplant ist viel, die Liste an Spielen ist lang. Ich habe auch ein paar Wünsche wieder aufgenommen. Vielen Dank. Da war das eine oder andere dabei, wo vielleicht auch etwas fragwürdig ist, ob es ein gutes Spiel ist oder wird oder nicht. Schaue ich mir aber auch gern an und mal schauen. Na gut, die 5, 6 Titel stehen ja noch auf der To-Do-Liste, wo ich selber erstmal rein spielen muss. Relativ viel Aufbau und Management aktuell, was so entwickelt wird bzw. bald mal verfügbar ist. Und Gilde 3 bzw. Spellforce 3 wurde auch mehrfach gefragt, habe ich auch noch eine Notiz gemacht. Spellforce 3 war eigentlich ein Notizblock geplant, bald mal, da habe ich etwa 14 Stunden jetzt gespielt und relativ viel aufgenommen. Habe also eine, denke ich, solide Meinung über das Spiel und Gilde 3, ja, warten wir mal ab, schauen wir mal, was da draus wird. Aber im Moment, ja, möchte ich weder was Gutes noch was Schlechtes über das Spiel sagen. Gut, dann, wie gesagt, wer Vorschläge, Wünsche hat, immer gerne her damit. Ich wende zwar sehr viel Zeit auf, um Recherche zu betreiben und auf dem neuesten Stand zu bleiben, aber ab und zu übersehe ich auch mal was bzw. bin ich selber vielleicht nicht motiviert, irgendwas anzuschauen, wenn danach gefragt wird. Dann, naja, springe ich da auch mal über meinen Schatten. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, pfiat, denk, und baba.